Immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr. Kommt von irgendwo ein Merkel her. Ladies and gentlemen, bossing girls, you know what Tammy is. You do know what Tammy is, guys. It's your book again, ShadyShadyOne and Only. And we are back here again. Today, on this beautiful day, guys. On this very beautiful day. Guten Abend, guys. Wie geht's. Hope you guys are all good. Okay. Ichaiza ShadyShay, the Enziger. Shondekhkanon Zulana. Okay. Very nice to meet you, guys. Through the screen. Well, I keep saying the same lines over and over again, so I can practice by German. Anyway, guys, we are saying too much today. We are going to jump on the part four. The part four of Volker Peace Purse on the history of the USA. And you know what they've done in history. Yes, guys. So that's it too much. Let's go straight to action and get this started. Volker Peace Purse's mouth is big. Okay. We call it a basket mouth. You know what I mean? A mouth that says a lot. So much. Speaks so much. Okay. Let's make it a bit easier as a joke. But he makes you choke on your laughter. When you're about to laugh, it makes you choke on it. Okay. That was Volker Peace Purse. Anyway, that's it too much, guys. Let's go straight to action. But before we start this video, make sure you smash that like button. Subscribe, give him some love. And let's go straight to action. Okay, so I'm just going to smash like on this. Alright, let's do this. Okay, so they never did anything else but fight. Okay, so they continue to fight. In between the Taliban arose as a predominant power to bring order. Okay. Oh, 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 oh. So the year switched allies. Okay. Their once allies became their enemies. Okay. And then their enemies became their allies. Crazy. Oh. So, Hussein was alleged to have these weapons, but Putin really has those weapons. Waffen. Yo. Yo, und sie sind mit ihm zusammen. Doppelstandards, ja? Wenn er wirklich diese Waffen hatte, dann würde er ihn nicht anpacken. Oh mein Gott. Er hätte sie benutzt. Oh. Oh, unter dem Bild. Yo. Dieser Mann. Seine Mund ist groß, wie ich gesagt habe. Yo. Okay, los geht's. Er klingt wie eine Schalte, okay? Aber er spricht über die Geschichte. Geschichte über die Vergangenheit. Ausfüge sie rein. Er sind Menschen. Hm.. Die Anzeige sind mit einem Wackton Ich glaube, das ist einfach ein Wackton Es ist ein Wackton Es gibt keine Justifikation für Wackton Weil es so viel Schmerz, Destruktion und Leben verloren ist Nicht begreifen bis heute ist, wieso ein Selbstwertattentäter feig und hinterhältig ist und ein Bomberpilot, der aus fünf Kilometer Höhe Bomben auf Unschuld die Menschen schmeißt, mutig und tapfer ist. Das verstehe ich auch nicht. Did you hear what he just said? Listen again. Listen to what he just said again. Okay. Though what even today he still doesn't understand is. Und ein Bomberpilot, der aus fünf Kilometer Höhe Bomben auf Unschuld die Menschen schmeißt, mutig und tapfer ist. Das verstehe ich auch nicht. Aber die Anschläge waren widerlich. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, dann ist bei uns gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Wait, what? Widerlich. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, dann ist bei uns gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Nach dem 11. September. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Das war meine Lieblingsüberschrift aus der Zeit, dem Fachblatt der Deutschen Intellektülle. Nichts wird jemals wieder... Die hätten noch schreiben können, so jung kommen nie wieder zusammen. Intellektuell... Ich glaube, ich habe diese Lade verloren. Nichts wird wieder nie wieder zusammen. Die Glieder hat auch gesagt, so jung kommen nie wieder zusammen. Diesen Junge wird nie wieder zusammen. Intellektuelle Hilflosigkeit in die Zeitung gekackt. Intellektuelle helplessness, ja. Apropos intellektuelle Hilflosigkeit. Franz Müntefering. Okay. Auch immer für den Scherz gut. Müntefering meinte nach den Anschlägen des 11. September, als bei uns die Börse einbrach, das wäre so in der Globalisierung, hat der Müntefering gesagt. Wenn auf der Welt irgendwas passiert, betrifft uns das jetzt hier auch. Müntefering, ich weiß ja nicht, welche Drogen im Sauerland gereicht werden. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch, als in Ruanda eine Million Tutsis für den Hutus ermordet wurden. Ja, ja, ich erinnere das. Mit der Hilfe der Franzosen. Jeder darf ja mal. Müntefering... So, wenn eine Million Tutsi von Hutu in Ruanda wurde, damals mit der Hilfe der Franzosen, damals mit der Hilfe der Franzosen, jeder darf ja mal. Jeder darf ja mal. Man kann mal ein Goat an das. Once. No? Hm. Weißt du noch, Müntefering, Globalisierung. Wir exporten dazu Nummer eins, eine Million Konsumenten auf einen Schlag weg. Da werden schon 3000 Tote im World Trade Center am nächsten Tag alle deutschen Firmen um 30% an Wert verlieren lassen. Aber da wird der Müntefering Ihnen mit Hilfe der Analysten erklären, Sie dürfen das nicht mengenmäßig beurteilen. Sie können 3000 Amerikaner nicht mit einer Million Afrikaner gleichsetzen. Die müssen das qualitativ einschätzen lernen. In Südafrika sterben jedes Jahr eine Million Menschen an Aids. Okay. Man kann die Leute lange am Leben halten. Man kann Aids nicht heilen. Man kann aber den Ausbruch der Krankheit viele, 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 viele Jahre hinauszögern. Die Medikamente gibt es. Die sind aber so teuer, die kann sich kein Afrikaner leisten. Da hat die südafrikanische Regierung einen schönen Vorschlag gemacht. Die haben gedacht, wir stellen das Zeug selber her. Wir machen alles selber. Wir geben das zum Selbstkostenpreis an die Leute ab, retten unsere Menschen. Wir geben es um den Kosten der Produktion, um unsere Menschen zu retten. Menschen und euch kostet das überhaupt nichts. Wir brauchen nur die Lizenz. Die Erlaubnis ist, es tun zu dürfen. Und da hat George W. Bush damals auf der Welthandelskonferenz, vermutlich im Namen der Firmen, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, das täte ihm wirklich leid, aber billige Medikamente, das verstiesse gegen die Prinzipien der freien Weltwirtschaft. Das heißt, das ist sechs Monate lang wir machen vom Jahrhundert. Jetzt können Sie ein bisschen Koffp fizern, das sind sie für Geld machen. Das ist alles bei mir. aber kein Einzelnen, das lange dauern. Für lange, das ist verrückt. Ouf! Das macht mich eine Frage, die Menschen oft fragen. Sie Fragen, warum ich YouTube-Value machen würde? Ich meine, YouTube-Value zu um Stress aus meinem Fall. Wenn ich kreier, 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 kreier. Das ist der Grund, warum ich mit einer Firma, die mich über die Minderheit hat, um die Minderheit zu haben. Als Kind, als Kind, ich habe mich so depressed und so depressed. Und dann, die Videos zu sehen und dann, die mir meine Verwaltung hat, das hat mich einfach zu bringen, um meine Herz und meine Minderheit zu haben. Ich werde Ihnen die Nachricht von dieser Firma bringen. Blueberry hat mit Dear Evan Hansen mit Dear Evan Hansen zu eröffnen die Erwann's Iconic Polo. Dear Evan Hansen mit Dear Evan Hansen zu eröffnen die Erwann's Iconic Polo und Kass zu eröffnen in der Roblox-Experience, mit allen Proceeds zu der Child Mind Institute. Die Child Mind Institute ist eine Mental-Health-Organisation. Das ist Transforming Children's Mental-Health. Ich werde die Details und die Links auf der Deskriptischenzeichen. Das ist bei der Bericht mit Dear Evan Hansen zu eröffnen. Sie haben die erste Broadway-Meta-Verse-Fashion-Drop geöffnet, auf Roblox-Experience zu eröffnen. So, für diejenigen, die nicht wissen, ich habe ein Gaming-Kanal, wo ich auch spielen. Also, YouTube ist ein Hobby für mich. Es ist etwas, was ich mache, um die Schmerz, um mich zu retten, 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 um mich zu retten. Aber jetzt, ich mache es nur für Spaß, weil ich einfach zu spielen spielen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Kinder brauchen, um sie zu retten, um sie zu retten, um sie zu retten. Also, er hat mich zu retten, um sie zu retten, um sie zu retten, um sie zu retten, um sie zu retten. Okay, für die Leute, ihr interessiert, wie gesagt, die links in die Beschreibung, okay? Aber ehrlich gesagt, ich habe sehr viel Depression und als Kindes. Und dann, ich habe eine Unterstützung gefunden. Insofern, wir gehen über Volkabispus und weitergehen. Dies ist sehr, sehr ihrig für mich. Sehr ihrig. Ja, wir wissen schon einige von Faktoren, Damals auf der Welthandelskonferenz, vermutlich im Namen der Firmen, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, das täte ihm wirklich leid, aber billige Medikamente, das verstieße gegen die Prinzipien der freien Weltwirtschaft. Das müssen Sie übers Bett hängen, meine Damen und Herren, damit Sie wissen, wofür wir kämpfen, leben und sterben. Das Überleben von Negern ist den Aktionären der Pharmakonzerne nicht zuzumuten. Das Verstöß gegen die Prinzipien der freien Weltwirtschaft. Sie wundern sich, dass wir Bomben unter den Arschelicht kriegen? Wann fangen Sie an, sich zu wundern, warum wir so wenig Bomben unter den Arschelicht kriegen? Wir werden aber fünf kostbare Amerikaner an Milzbrand erkranken, weil ein durchgeknallter amerikanischer Militärwissenschaftler seine Forschungen unbedingt meiner Praxis ausprobieren wollte. Da musste die Firma Bayer aus Leverkusen sofort das Patent für das Milzbrand. Dann musste die Firma Bayer aus Leverkusen sofort das Patent für das Milzbrand rausrücken. Es gab nur ein Medikament gegen Milzbrand. Nur ein Med against Antrax existent in the whole world. Only one. Von Bayer Leverkusen, das Geschäft des Jahrhunderts. Und die Amerikaner haben gesagt, Patent? Die Komiker vom Rhein. Das könnt ihr euch in die Haare schmieren, das Patent. Das heben wir morgen auf. Nationaler Notstand. Nur guckt doch nicht so blöd. Oder ihr verkauft das Medikament ab sofort zu dem Preis, den wir euch jetzt hier vorschlagen. Bayer hat zwei Tage verhandelt, hat den Preis um die Hälfte gesenkt. Das ist freie Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Denken Sie in Zukunft immer dran. Freie Marktwirtschaft heißt nur eins. Fünf Amerikaner sind zehnmal so wertvoll wie eine Million Südafrikaner. Freie Marktwirtschaft bedeutet nur eine Sache. Fünf Amerikaner sind zehnmal so viel als eine Million Südafrikaner. Die Negröse sind alles wichtig. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Okay, der Rumsfeld ist die Stinkmorschel. Aber der Amerikaner... Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Die Europäer sind vielleicht ein Gänseblümchen. Der Rest ist Unkrotter, können Sie nach Pfeife rauchen. Ah. Schütten Sie mal einem Amerikaner... Das ist so schweig. Ihr könnt von den Pfeifen auf die Pfeife rauchen. Und dann schütteln. Oh mein Gott. Der Rest ist Unkrotter, können Sie nach Pfeife rauchen. Schütten Sie mal einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose. Sie haben einen Prozess am Hals, da werden sie ihres Lebens nicht mehr froh. Die Kinder verklagen sie noch, weil die mit einem traumatisierten Vater groß werden muss. Wenn aber eine amerikanische Friedenskampf-Bomber-Erhaltungsstaffel... Das wiederhole ich, ich bin froh, wenn das einmal richtig rauskommt. Wenn die in Afghanistan-Patrouille fliegt und in einem afghanischen Bergdorf feiert jemand Hochzeit. Und es ist gute afghanische Tradition, bei der Hochzeit ein paar Salutschüsse abzulassen. Und es ist gute amerikanische Tradition, die wir jetzt auch aus dem Irak wissen. Salutschüsse sofort freundlich zu erwidern. Dann zahlt die amerikanische Regierung am nächsten Morgen für jeden der 46 irrtümlich erschossenen Hochzeitsgäste 200 US-Dollar in Schädigung. Das ist der offizielle Kurs für einen irrtümlich erschossenen afghanischen Zivilisten. 200 Dollar. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Aber sie können mal überschlagen, wie viele Afghanen sie abknallen können, bevor sie einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose schiften können. Bei uns war die Hölle los nach den Anschlägen. Peter Struck blieb es vorbehalten zu rufen, jetzt sind wir alle Amerikaner. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe schon Probleme, mir genug damit, Deutscher zu sagen. Ich habe schon genug Probleme, um ein German zu sein und zurück zu den Kriegern, die Repräsentationen und alles zu gehen. Okay, okay, ich habe das. Ich bin mit meinem bisschen Menschsein, derart ausgelastet, zum Deutschsein komme ich ganz her. Ich bin bereits voll umgekupiert mit meinem kleinen Teil des Menschen. Es ist sehr rar, dass ich gerade um Deutsch zu sein kann. Die Deutschlands haben eigentlich getrunken, ich werde nicht lieben. Ja, sie getrunken die Welt, aber ihr habt die Welt unter dem Sied. Ihr habt die Böse und habt die Böse und habt die Böse und der Welt schießt. Aber ja, ihr seid sorry, ihr habt die Repräsentationen, aber ihr habt immer noch den Brunt. Ja, genau. Plötzlich waren wir alle Amerikaner. Vor ein paar Monaten waren wir plötzlich alle Spanier. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Vielleicht sind wir morgen alle Franzosen, Holland oder Belgier. Man muss ja schon nachschauen gucken, um zu wissen, was man sein muss. Okay. Nur eines bleibt ihnen erspart. Der Struck wird nie kommen und sagen, jetzt sind wir alle Afrikaner. Was uns nicht erspart blieb, war der Kanzler mit seinem unglaublichen Geschwafel von der uneingeschränkten Solidarität. Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr. Und das denke ich bei Schröder in immer kürzeren Abständen. Immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Oh! 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 Diese AsSí stands for Michael. Okay. Immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt. Went from a Merkel her. Ok, ok. Ok, ok. Okay, das war die größte. Part 1 war die größte. Vielleicht wird es mehr einfacher. Part 2 became etwas mehr größte. Part 3 became etwas mehr入, dann kam es auch. Part 4 war jetzt so, wann wird es das werden? Wann wird es leichter werden? Ein Mann wie Volker Pispas, über die Geschichte der USA Die USA hat so viele Verstände gemacht. Sie haben so viele gemacht. Ja? Das ist einfach so. Ich werde nicht sagen. Das ist einfach so. Wie gesagt, ich mache diese Videos, um die Stress aus dem Kopf zu machen. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob die Stress aus dem Kopf zu machen ist. Oder es wird multipliert. Denn jetzt, diese Videos werden mich überrascht. Und dann, nach Volker Pispas. Wir werden finden, wir finden, stand-up comedy. Wir brauchen Dinge, um uns lachen. Okay? Weil, Leute, ich bin eigentlich schweig. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich weiß nicht, ob ihr könnt, meine Gesichter schweig. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Anyway. Ich will sagen, vielen Dank für euch, für mich. Für mich. Für mich. Aber ich werde mich schweig. Aber ja. Ich schweig. Sie haben wirklich hart. Wer wird mich. Für mich. Es ist wie ein Kindes Spiel. Es ist wie ein Spiel mit ein Spiel. Okay, vielen Dank für das. Ich werde euch auf der 5. Und auf der 5. Ich hoffe, dass wir über das Leben leben. Wir müssen über das Leben leben. Ich hoffe, dass wir es von Anfang an Ende sehen. Aber ohne zu schreien und zu weg. Okay, das war ein paar Shady Shady. Ich weiß, was ich in den Kommentaren. Ich wünsche euch die Kommentare. Ich wünsche euch die Liebe. Es wird ein Frieden. Untertitelung. BR 2018